Hallo Freunde, hier ist das dann schon mal der Patroposionscoach und diesmal ein Video-Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und ja, heute geht es mal um ein berufliches Thema, also das heißt beruflich, also dass man im Beruf Themen hat, dass man immer wieder unglücklich ist. Also Themen gleichen sich ja teilweise ein bisschen zu denen in Beziehungen, weil es halt der Sex fehlt. Aber dieses, wenn man zum Beispiel zu co-abhängig ist, dass man immer wieder versucht wird, ausgenommen zu werden, ist ja nicht nur Beziehung so, sondern Beruf auch. Und da haben wir eine Mail heute. Und bis heute Abend gibt es noch, vielleicht auch gerade für die Neuensteiger, Tristan, Modul 1 und 2. Ich kann ja auch Modul 2 sehr empfehlen, wenn ihr es noch nicht habt. Also diese ersten Kurse von meinem Liebeschipp-Programm, was natürlich auch ein Programm der Persönlichkeitsentwicklung ist. Gucke immer rein. 2 ist auch so eine krasse Trance drin, die viele sehr schätzen. Genau, Code Sommer23, 23 Prozent. Ja, jetzt kommen wir zur E-Mail von Levochkola und sie schreibt, Hallo Christian, ich verfolge dich bereits mehrere Jahre und habe dich durch dich mit der Arbeit an meinem Liebeschipp und meinen Prägungen begonnen. Ich finde mich nur mit einer Frage an dich, die nicht den üblichen Zuschriften entspricht. Mittlerweile habe ich all deine Bücher gelesen und war auf einer Lesung und auch auf einem Seminar. Auch zwei Kurse habe ich bereits gemacht. Das hat mir sehr viel geholfen und mich weitergebracht in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Allerdings gibt es einen Punkt, an dem ich feststecke und vielleicht hättest du ja einen Tipp, der mir weiterhelfen könnte. Ich habe ein großes Problem mit meinem Berufsleben. Um mich kurz zu beschreiben, ich bin ein sehr pluspoliger Mensch, was nicht zuletzt daran liegt, dass ich eine sehr schwierige Kindheit habe. In der Schule und im Studium hatte ich nie Schwierigkeiten, aber in der Berufswelt tue ich mich nach wie vor sehr schwer. Ich bin im sozialen Bereich tätig und habe bisher auch schon einige Jobwechsel hinter mir. Entweder habe ich einen Vertrag nicht verlängern lassen oder gekündigt. Dadurch konnte ich schon in verschiedenen Berufsfeldern und Institutionen Erfahrungen sammeln. Allerdings hatte ich immer wieder Probleme mit meinen Arbeitskollegen. Früher oder später kam ich immer wieder an den Punkt, an dem meine Kollegen anfingen, die Arbeit auf mich abzumelden. Und obwohl ich Grenzen gezogen habe, wurde es nicht besser und jeder Tag wurde zum Kampf. Als ich mit Bauchschmerzen in die Arbeit ging und merkte, dass sich die Situation nicht ändern lässt, habe ich mich neu beworben und auch immer wieder schnell was Neues gefunden. Und habe mich schon wieder in so einer Situation. Meine Kollegin, mit der ich eine Jugendeinrichtung leite, möchte ich mir sämtliche Projekte aufbürden. Sie probiert es immer wieder neu, nett oder fordernd. Obwohl ich denen mich zugestimmt habe und wieder deutlich gesagt habe, dass ich das nicht alles alleine machen will, kommt es jetzt ständig zu Diskussionen. Gut, erstmal soweit. Also manche Aufgaben kriegt man halt immer wieder aufgetischt. Ja, also das ist die Idee, dass man hier so fertig werden könnte im Leben. Die sollte man, glaube ich, loslassen. Es wird immer wieder was Neues geben. Also insofern entspanne ich da jetzt erstmal. Aber trotzdem will ich natürlich sagen, was ich so denke. Also ich habe ja auch oft als Supervisor gearbeitet, so im sozialen Bereich. Und ich meine, wir werden bestimmt auch ganz viel zugucken, die im sozialen Bereich sind. Ich will es dir niemanden antriggern. Aber was ich so erlebt habe, aber vielleicht könnte jemand drunter schreiben, dass gerade so im sozialen Bereich immer so nett getan wird. Und hintenrum geht es total krass zur Sache. Es ist immer so, alle so sozial. Also ich glaube, Aline könnte auch ein Lied von singen. Wir sind alle so sozial und super sozial. Und wenn es dann darauf ankommt, wer irgendwie Urlaub kriegt. Also zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht hat jemand Kinder und andere nicht. Und dann wird darauf aber überhaupt keine Rücksicht genommen. Also ich kenne das so, dass das so vordergründig soll es dann auch auf der Arbeit sozial zugehen. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil, wie so oft im Leben so. Und also insofern hat es bestimmt auch mit dir zu... Also klar, vielleicht gibt das Universum immer wieder diese Aufgabe, dass du Grenzen setzt. Da komme ich da ja auch nochmal zu. Aber vielleicht ist es auch... Vielleicht ist es immer die Frage, was will das Leben einem sagen. Vielleicht will das Leben dir auch sagen, dass du vielleicht auch mal die Branche wechseln sollst. Also man kann ja... Oder dass du vielleicht selbstständig werden sollst. Vielleicht ist auch immer wieder das Angestelltsein nichts für dich. Also ich habe es gehasst, angestellt zu arbeiten. Weil für mich war das überhaupt nichts. Weil ich auch mich immer wieder gerieben habe mit meinen Vorgesetzten. Und vielleicht, ja, also ich würde da mal so... Ich würde jetzt nicht immer das Gleiche, glaube ich, nochmal machen, sondern überlegen, okay, was kann ich denn noch ändern? Kann ich vielleicht denn, also trotzdem jetzt in dem Berufsfeld bleiben, aber nicht das machen, was ich vorher gemacht habe? Oder kann ich auf eine andere Weise arbeiten? Kann ich mich selbstständig machen? Das wären alles Möglichkeiten. Oder ansonsten müsstest du die Tonlage mal verschärfen. Das kann auch helfen. Ich erinnere auch nochmal an die Selbstbehauptungs-Challenge. Die läuft ja auch gerade. Also dass du mal eben nicht nur sagst, ich mache das nicht, sondern dass du auch mal sagst, was soll der Scheiß? Es heißt immer wieder, kommst du mir Scheiß ein, ich werde das nicht machen. Ich werde es fucking nicht machen so, ne? Oder manetwegen auch ohne fucking. Aber dass du diese Tonlage mal verschärfst, weil vielleicht sagst du, also grenzt du dich zwar ab und niemand möchte natürlich gern scharf werden. Und wenn man so recovering People-Pleaser ist, was ja glaube ich ganz viele hier sind, hasst man das, so scharf zu werden. Aber weißt ja, wie das Leben ist. Also meine Erfahrung ist, dass durchgängig, wenn du zu nett bist, wirst du einfach ausgenommen wie eine Meister-Ganz irgendwie. Und also insofern kann ich nur raten, da vielleicht noch eine Schippe draufzulegen und da auch noch mehr in Konflikt zu gehen. Was soll denn passieren, ne? Also ich meine, dann schmeiß ich halt raus, ne? Weil Jobs gibt es ja genug in dem Bereich gerade. Dass du einfach sagst, nein, ich mache es nicht. Ich mache es nicht in den Strukturen, im sozialen Bereich, was auch immer. Also vielleicht kommt man manchmal auch vom Leben in die Traufe. Aber ich würde dabei bleiben, dass du sagst, innerlich würde ich sagen, das ist nicht akzeptabel, ne? Und ich werde da so lange dranbleiben, bis ich irgendwo bin, wenn das nicht mehr passiert. Und das ist ja wie mit Dating-Situationen, dass man immer wieder die falschen Leute date und plötzlich date ich mal jemand anders. Und so ist es, glaube ich, im Beruf auch. Du kannst immer wieder die gleichen Erfahrungen machen. Kommst aber trotzdem irgendwie innerlich weiter und plötzlich ist es vorbei, ne? Plötzlich ist es vorbei und bist in einem ganz anderen Setting. Aber wie gesagt, meiner Ansicht nach ist es das auch, ich will nicht sagen, dass es strukturell ist, aber kommt es im sozialen Bereich echt häufiger vor so was. Also die Leute sind nicht so nett, wie sie tun so häufig. Aber wie gesagt, ich will ja niemanden anträgern. Das ist ja auch, ich will es jetzt überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Und wir reden ja auch hier von der vorgesetzten Ebene und nicht von Leuten, die jetzt so einfach da irgendwo arbeiten. Aber ich kann nur sagen, als Superviso ist mir das oft aufgefallen, dass es so nach vorne ran und raus, ja, alles lieb und nett und wir sind so Work-Life-Balance und bla bla bla. Und dann, wenn es so weiter auf ankam, dann ging es richtig zur Sache so. So, das Problem ist auch, dass meine Kollegin schon ewig an der Stelle ist und mit allen inklusive Vorgesetzten gut befreundet ist. Das, ja, das ist ja auch mal so, dass diese, das sind ja keine Konzerne in der Regel, wo du da arbeitest, sondern das sind so kleine Teams, wo sich auch manchmal auch eine Struktur ist, die sich schon festgesetzt hat. Und, aber wie gesagt, ich höre das, ich höre das wirklich so oft auch, dass es allen möglichen sozialen Einrichtungen, dass es da alle möglichen Probleme gibt. Ich meine, es ist immer, wenn Menschen zusammenarbeiten, gibt es natürlich Probleme, aber ich habe schon das Gefühl, dass es da ein bisschen mehr ist so. Und klar, wenn da so Sachen sind, dass, ja, das hatte ich ja gerade angesagt, dass du sozusagen die Hierarchie-Schufe höher gehst, aber wenn das auch alles, wenn da nur Probleme auftauchen. Also ich habe ja nur an einem Job gearbeitet und ich habe diese Strukturen gehasst. Ich habe sie wirklich gehasst. Also ich hatte sieben Vorgesetzte und jeder wollte mir irgendwas sagen, was ich machen soll. Und ja, noch eine Idee, die ich hätte, ist auch nicht in so offenen Widerstand zu gehen, sondern dass du, aber das funktioniert, glaube ich, bei dem Thema jetzt nicht, was du auch machen kannst, ist so, das ist aber so ein bisschen, sag ich mal, etwas dunklere Taktik. Aber können wir auch mal besprechen hier, das ist halt, dass du nach vorne sagst, du machst es, aber du machst es nicht oder lässt es irgendwie auflaufen oder sagst, ja, gute Idee, sollten wir machen, aber es passiert dann nie. Aber wenn das so ganz konkrete Sachen sind, wo du zur Rechenschaft gezogen werden kannst. Aber das ist manchmal auch eine sehr effektive Strategie, dass man so nach außen tut. Natürlich, ich bin total kooperativ, bist es dann aber überhaupt nicht. Also manchmal hat man so mehr Macht als Untergebener, als man so denkt, weil wenn sozusagen, wenn die dich nicht in den Griff, wenn die Vorgesetzte nicht in den Griff kriegen, die aber sozusagen so schwarz auf weiß, nichts nachzuweisen ist, dass du irgendwas falsch machst, dann kann das auch sehr schnell sehr unangenehm werden, so für Vorgesetzte. Weil der Underdog, hat ja schon Fritz Perls gesagt in der Gestalttherapie, der Underdog gewinnt auch sehr häufig gegenüber dem Topdog. Gut, bei ihm war das, glaube ich, mehr so auf Beziehungen. So, oder wenn die dich total nerven. Na Gott, du kannst ja in die Richtung mal weiterdenken. Denke ich, da gibt es aber, das ist vielleicht alles keine Dauerlösung. Aber manchmal hat man ja auch keinen Bock, immer zu kämpfen so, ne? Dann, also ich habe damals, ich war so vier Jahre an so einer Stelle, habe da auch gemerkt, dieses Kämpfen, das laugt einen aus. Und ich habe dann, hinterher habe ich auch gedacht, ich hätte einfach mehr sagen sollen, ja klar, ich bin total kooperativ und alles gut. Und dann irgendwelche Nischen ausnutzen, wo man doch so ein eigenes Ding macht, sage ich mal. Und, ja, also man, es gibt nicht immer nur die Waffe der Konfrontation. Es gibt auch subtilere Formen des Widerstands, sage ich mal. Aber wichtig ist, dass du dich da nicht, dass du nichts machst, mit dem du dich, also nichts dauerhaft machst, mit dem du dich nicht wohlfühlst. Das würde ich, da würde ich wirklich weiter brainstormen. Vielleicht gibt es ja auch noch gute Anregungen unter dem Video in den Kommentaren, ne? In diesem Sinne, mach die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Schau, ihr Lieben. Schau, ihr Lieben.